Moin Moin und Hallo Leute, hier ist der Yano Karo Tsuno und der Shark. Ich bin's wieder mal nach langer Zeit. Endlich mal wieder. Ja und wir machen Magica wieder. Wie versprochen, wir haben es vor 20 Millionen Jahren angekündigt. Wie du sagst, dass du während des Tests ausgestorben hast, ist egal. Wir zocken jetzt das neue DLC, die Sterne-Ding schlecht. Das ist ne neue Kampagne und... Was? Die Sterne stinken schlecht? Nein, die liegen schlecht. Das war angehört, als wenn die stinken. Okay, dann stinken sie halt. Also ihr wisst ja nicht, wie ein Stern riecht, also ihr war noch nie an der Sonne dran. Na, ich auch nicht. Gut, ähm... Jo. Ja, also das ist neu DLC, neue Kampagne, alles neu, drum und dran. Und ich bei die Banditenrobe gleich, die mag ich. Aber braun. Ich nehm, fuck wie ich sag. Panzerrobe glaub ich. Ja, genau. Okay. Gut, dann sind wir jetzt bereit und legen los. Boring Bay. Äh, das Boring Bay. Die guten Endzeiten. Oh yeah. Ja, also wer Schack nicht kennt... Vor 20 Jahren hatten 1 bis 4 mutige Zauberer die Welt gerettet. Wir müssen zuhören, das ist wichtig. Hassatur. Einen schrecklichen Demo aus einer anderen Welt. Welt. Nun steht etwas gewaltig im Fischertur. Auf die Flachgraf von allerlei den Müsse der Eiger. Leidlich brauchbaren Zauberer erneut geleiten. und zwar gealterten leidlich brauchbaren Zaubermann ja ich bin ja halt alt ne was geht los ok also das spielt 20 Jahre nach der normalen Story, mal gucken was sich so verändert hat nichts wir sind alt geworden also wir haben schon mal ein bisschen reingeguckt, wir wissen noch nicht so viel wir haben fette Bärte jetzt glaube ich ja das stimmt die haben wir glaube ich mal schauen so Gandalf mäßig okay das kann dauert dadurch also Schak ist ähm die Fähne muss man immer wenn ich das sagen möchte ok das sind wahr ich sehe so gut aus mit diesem Bart ich auch weiter Olli Minamano Olli Minamano Olli Minamano Olli Minamano Olli Minamano durch diese Sprache vermisst hab ja weil ich ein Element gehabt am Geld zu reden Olli Minamano Nihana Olli Minamano Olli Minamano Olli Minamano ja ja als er hier wollte viel mehr oh boy viel mehr du Badeass es wird interessant denke ich mal ey guck mal guck mal die Pilze da oben rechts an die sind komisch Volk ja der dritte ne ja komm Wlad also bald haben wir es ne wir sind alt und zwei älterliche Kennste Olli Minamano ja der dritte ne ich hab grad du was gesagt ich hab keine Ahnung wie Miete Fisk Miete Fisk oh bitte hör jetzt auflad du regest ja noch mehr als im vorigen Teil ja ne war der nicht tot äh nein wir sind doch dann in die Vergangenheit gereist und haben ihn da und haben noch mit ihm zusammengekämpft wirklich stimmt ja ja jetzt passiert nichts lol jaa komm bei mir lauert er noch ja bei mir nicht ich sitz bloß da ja jetzt auf die lauern Vlad komm wir wollen Action WTF ich wir sitzen zusammen schaukeln in unsere Kelche da rum äh warte ich drück later oh warte bei mir ist oh mein Typ bewegt sich oh je äh leuert hehehe was hat er gerade gemacht aaaah aaaah dekduka ike ne nida go nu na du bist jetzt los braaa hehehe der meint nicht bro der meint braaa ja komm Blatt oh yeah oh endlich oh guck mal ich bin alt und ich bin auch so gelenkig hier kennste jo ich dreh mich bitt welche Zauber haben wir oh leuert 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 das gehört zu meinem Charakter dazu der macht immer diese Matrixposition wenn er stehen bleibt echt jetzt jaa der sieht wie zwei aus zur Treppe ich weiß ja wir wissen es vielleicht komm ich drück jetzt die die Taste ja ok Pass auf wo sind wir ihm nicht bzw Leute von meinem الجönenten to których die ihn noch nicht kennen das ist Schark ein guter Kumpel von mir wir haben früher schon mal Meika die Hauptkampagne zusammen und jetzt im Moment das DLC-wagen Maika ist ein Spiel, soviel steh ich schon mal fest, Dichir geht bestimmt rauf, warte, wir gegen Nahkampf. Oh, sorry, ich hab dich vergiftet. Fuck, so wahr. Okay, mit dem wir hier anlauern. Asgard sei gepriesen, achso, Asgard sei gepriesen. Ich stecke hier seit Ewigkeiten fest, ich hab nur von Marn und meiner Willenskraft ernährt. Ich bin jetzt endlich Frau und kann gehen, wo ich nicht will. Okay, warte, tue es nicht, Rico. Schack. Ja, okay, ich hab's im letzten letzten Film sowieso schon verkackt. Also, tschau, Typ. Warte. Bam. Jaaaa. Sorry. Okay, also. Maika ist ein, ähm, wie soll, was ist das nochmal für ein Genre gewesen? Verdammt, ähm, wie soll ich denn jetzt ist? Ey, da oben ist ein Buch aufm Baum. Ich bin so leicht ablenkbar. Ey, ich wär mit Autos. Kei, bitte durch. Danke. So geht echt gut los, dass mich gleich killst. Weil ich will mich nur overport heilen hier, geht doch. So, jetzt lebe ich mich. Also, während M4 belebt, Maika ist ein Spiel. Wir sehen das nochmal. W.A. Leckerster. Ach, W.A bloß. Ja. Ich kann das aber nicht mehr. Hier liegt noch was hinten. Glauben nicht. So, ich hab mich jetzt mal hoch. Ach, hier oben liegt das ja. Ach, warte, werfen Stein gegen den Baum. Nein, nicht, geh mich, nicht, geh mich. Gegen den Baum. Hat funktioniert. Oh. Oh, du hast es weggegeben. Traktor, das ist neu. Traktat. Wie geht das? Das ist ein kurzer Zauber. Oh, Erdbeben. Wie geil. Nee, du ziehst mich damit an. Ja? Ja, das ist so, kennst du Traktorstrahl, yo? Ach, ja, okay, ja, ja, ich versteh schon. Dann. Okay, und ich konnte immer nicht erklären, was das für ein Game-Genre ist, aber es ist egal, es ist... Ah, ich vergesse es, ich lasse es jetzt einfach. Und wow, weil ich so schnell bin, klatsche ich hier in meinem Treppe runtersteigen. Du blittst bei mir irgendwie zu dem Treppe rum, yo. Ja, sorry, ne? Ich meine, alt und so schnell. Ja. Jo, also, ich denke mal, Leute werden noch wissen, was das für ein Genre ist. Ich bin jetzt nämlich total ratlos. Er labert nur Scheiße, deswegen stirbt er. Und du hast es drauf. Guck mal, wie in Slow-Motion ich wegrennen kann. Welche Zauber haben wir jetzt eigentlich von Anfang an? Wir haben wiederberieben? Hast haben, ja. Hast haben wir, tolle Sache. Traktator, okay. Ey! Weißt du, was an meinem Charakter über OP ist? Weißt du nicht schon wieder. Guck dir das an, wenn ich Hast einsetze. Wie schnell ich bin. Oh. Speedhack. Ich zeig dich an. Ja. Okay. Ähm. Leute, das sehe ich. Ich kann ja... Warte. Was ist das? Wir haben noch nichts als... Was? Das ist ne Postkasten. Ne Postkasten? Ja, lass mich. Ein höchstkönigliches Skelett. Cool. Ähm. Ist hier rechts auf der Seite eigentlich wieder was? Ähm, nein. Okay, ähm. Mach du mal. Mach du mal auf hier. Was? Oh. Ich will gucken, ob du drüben was ist. Mach. Okay, ähm. Mach ruhig den Flächen zu Zauber. Ich bin schnell genug, dass wenn ich einfriere, dass ich mitrennen kann. So, ähm. Während er das hier frei macht, will ich jetzt noch kurz erklären. Also Magica ist, ähm, ich glaub ein Dungeon Crawler müsste es sein. Spiel, also wir... Ist eingefroren. Ist ein Spiel. Ich hab's so drauf heute im Erklären. Ja. Ähm. Es... Wir sind Magier, die gegen Monster und so weiter in Massen kämpfen. Wir haben unten links in der Ecke die acht verschiedenen Elemente. Und diese können wir beliebig miteinander kombinieren und so weiter, um Markien auszuführen. Ey, da ist ein Grabstein. Das dürfte der Typ, den wir letztes Mal runtergekloppt haben. Ne, nicht wir haben ihn runtergekloppt. Der ist auch explodiert im Tor. Hier. Muss doch keiner wissen. L-l-l-l-l. Lest du vor. Was? Lest vor. Was? Junge. Ich kann ihn nicht anklicken. Ich mach mal eine Matrix-Pose. Ah, warte. Hier ruht. Berlik. Einer der fähigsten Zauberer des Orns. Er ist eine... Eines natürlichen Todesgestorben. Leider haben sie sein... Was? Seinen Namen? Falschgeschrieben. Okay. Schon... Na, natürlicher Tod. Also wir beide werden heute zutage jetzt natürlicher Tod abgestempelt. Ja, Mann! Was soll denn das? Sorry. Ich versuch schon nur nach Hause zu kommen. Kann ich dich doch mal einbringen, oder? Ich bin langsam. Ich bin überschnell leider. Moonwalk, Moonwalk. Oh mein, jetzt hast du mich schon wieder. Bedingst. Okay. Ja, also... Die Brücke wurde in Stand gesetzt. Das ist... Früher war alles besser. Stimmt allerdings, ne? Also... Früher war das ja alles viel toller und so und jetzt so... Und warum ist der nicht aktiviert? Dieser Charakter ist echt so im Kacken hier, alter. Ist der Arsch langsam? Ja, Mann, natürlich. Na, du musst ihn jetzt bis zum Ende behalten, ne? Toll. Ja. So, und wir haben jetzt ein neues Quest. Früher mussten wir, ähm, den G-Grimmier aufhalten. Wer ist das denn? Na, der Typ, der da gehängt war. Ach, stimmt. Gehängt war. Ja, diesen Grimmier mussten wir damals aufhalten und jetzt müssen wir ein neues aufhalten. Ich hab keine Ahnung. Ja, Ratten, die ficken wir mal. Wirklich? Ratten? Erinnerst du dich an früher? Die Frau dort hat gemeint, dass Ratten ihren Keller behausen und da waren niemals Ratten. Na doch. Nein, da waren nie welche. Neu, jetzt sind hier echt Ratten. Oh, keine. Au, ich bin eine. Danke. Flächen. Ich wollte nicht mein Schwert ausrüsten, aber danke. Bumm. Flächenzauber. Und ich brauche Heilung. Oh, das... Ja, das ist die Fähigkeit mein Stabs. Ich kann mich... Ist eigentlich dieser Stab wieder da in der Ecke? Äh, ja. Da ist er wieder. Da oben. Nimm den nicht, der ist schlecht. So, dieses Notfound, was ihr da rumfliegen seht, das ist von meinem Stab, der Zauber. Ich kann mich nach hinten weg teleportieren. Mag ich eigentlich, das konnte meine Notfall-Teleportritte ja früher auch. Mach mal. Was steht da? Früher war das nicht abgesperrt. Oh, toll, ich wollte Excalibur haben. Warte mal. Ich wette, das geht nicht auch. Warum? Egal. Nein. Warum fliegen eigentlich die ganze Zeit Steine um dich herum? Ne, das ist das Dingendste, wenn du ganz viel so ein Erde... Dingst. Achso, ja stimmt. Ich habe bei mir ja Partikel-Effekte ausgemacht, weil damit das Spiel nicht so laggt tut. Okay. Supi. Ja, also wir gehen jetzt aufs neue Quest. Wir werden ein bisschen rumschlachten. Wir werden blöde Argumente abgeben und ihr könnt euch an diesem komischen Mix... Zauberer? Oh ne, nicht diesen Hoshi da mit... Oh, nicht der mit dieser Klinge. Der ist kacke. Ich werde erstmal... Geh du von mir weg, ich mach Flächenschaden. Ich mach Admin, damit die die Schilder verlieren erstmal. Ja, stimmt. Mach du Traktator. Warum hast du nicht Traktator gemacht? Das hätte mich wenigstens nicht umgeworfen. Weil der schwul ist. Das ist awesome. So, der Große ist besiegt. Ah, warte, da ist ein Robin Hood. Ach du Schild, mein Strahl ist ultra low. Kannst du noch den guten alten Strahl? Den guten alten Strahl? Na, QFAS. QA, was? QFAS. Das ist der Beste. Okay, ey. Kannst du das Schwert noch nehmen? Ja, kannst du. Kannst du mein... Mein Stab. Ja, dein Schild ist dein Stab, ich weiß. So, ähm... Lol, hier hat sich ja nichts verändert. Schneid das durch, das sei, schneid das sei durch. Schneid es euch mit nem Schwert. Oh, er springt sowieso runter. Ich kann das ja nicht machen. Sorry. Hier oben liegt ein Buch drauf, warte. Boah, ich hasse... Ah, ich hab kein Schwert, kannst du mal durchschneiden, bitte? Ja, ich kann das genauso, wenn ich durchschneide. Nein, du drückst Umschalten, dann Linksklick zum Schwert verwenden. Umschalt. Ja. Ey, du musst schon richtig stehen, glaube ich. Nooo, ey, das geht nicht. Komm, wir kriegen's hin. Wir haben's damit auf... Oder warte mal. Oh, danke. Ja, das ist sehr effektiv. Jetzt heil mich. Du hast dich mir jetzt aufgebläht bei mir. Jetzt heil mich endlich. Äh, W, was war W? W, A. Das muss doch noch raus, dann. Ich drück doch mal W, W, Q. Okay. Blöde Q. So. Jetzt zeig ich dir, wie das geht. Geh weg. Ich zeig dir, wie das geht. Schwul. So. Ah, fast. Ah, es ist dann runtergefallen. Müssen außen rumlaufen. Ach. Ach. Ich hab, ich hab so übel Orsen auf den Boden gestempft und das Ding dachte ich nur so, Jo. Wo liegt's? Keine Ahnung. Mein Maustrecker findet's nicht. Ich will. Warte, ich mach Traktator. Ah, da liegt's glaub ich. Boah, da liegt's. Aber ich kann's nicht aufheben. Geh doch mir auf. Ich hab's. Wer zum, was? Ach, das ist ne Waffe. Ich hab, ich hab ne Zombieklaue. Ach, das ist ne Schwule Kralle. Naja, ich bleib bei meiner Giftarmbrust. Die ist besser. Ey, Leute, ich hab wieder die. Warte mal. Wo ist meine, hab ich jetzt meine Armbrust? Ja. Ey, komm, 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 was ich machen kann. Hier. Au, danke. Oh, du. Komm, komm, was ich kann. Wupp. Es steht mir mit Not Found. Ja, steht bei mir auch, dass es ein Fehler ist. Da müssen wir das Spiel eigentlich nochmal neu installieren, damit es ordentlich dasteht. Aber keine Lust. Ey, geh doch mal hier in der Höhle, man. Warum ist hier... Leute, kann man hoch? Oh, ging auf. Ja, komm, du dich aus und geh hoch, guck mal hinter dir. Und ja, I'm sorry, Leute, falls das Kommentar ein bisschen luscht klingt, wie zum Beispiel einfach nur äh, 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 ich hab schon Sprachfehler nämlich heute. Kann man den Robin Hood da? Der kotzt mich voll an. Oh, der so verschnittlich war. So, warte, ich will was testen. Lass mich mal was testen. Mir interessiert, ob ich mich da durch, ob ich da, ähm, hier schicken kann. Warte. Wuppt. Ja, ich bin drin. Toll, ohne mich. Ey, Leute, ist noch mal ein Typ da? Regi, Regi, du spankt es, spankt er. Leute? Ja, wieso bin ich jetzt auch drinne? Was macht mein Typ da? Ich hab genau, der rennt da durch die Gegend. Ja, okay. Jawohl. Ich bin ein bisschen hyperaktiv, ne? Spank me, spank me. Spank me, spank me. Ja, okay. Ja, okay. Ja, komm. Wir wissen's. Wir wollen dich fertig machen. Du machst Traktator und ich mach Angriff. Ich hab keine Ahnung, Traktator. Ich häng fest. Scheiße. Bro, kenn mich mal bitte. Ich kann nix machen. Ich häng fest. Aber ich kann coole Lichteffekte unten in meiner Elke erzogen. Wie geil ist das denn? Oh. Ich glaub ich hab mich, ja ich hab mich befreit. Keine Ahnung wie ich's gemacht hab. Oh Gott. Guck mal wer da ist. Michael Jackson. Schon wieder. Verdammt. Oh fuck man. Oh fuck, ich bin fast tot. Lauf, lauf. Was? Oh nein. Der Hauptmann ist gefallen. Lord, das ist derselbe Satz, den haben jetzt die Menschen gesagt, als der Hauptmann gestorben ist hier in der Festung. Oh man, ich kann mich mit schwer heilen. Na, es liegt daran, weil du so viel Lebensenergie hast. Da brauchst du halt ein bisschen länger zum Halten. Musst du mich mal halten, bisschen. Warte mal. Ich mach das Vieh nass, du frierst es ein. Was für ein Vieh? Das große. Oh, ich seh keins. Du siehst nicht das riesen Vieh hier. Nein. Dieses gigantische Vieh, das mitten vor mir steht. Nein, ich seh's nicht. Warum siehst du das nicht? Es ist eingefroren. Ich hab's jetzt eingefroren. Oh, ich seh das nicht. Du hast mich auch eingefroren. Alter, bei mir ist ein gigantisches Vieh mitten an meinem Arsch. Wenn das mich killt, dann bist du schuld. Ich hab's jetzt auch nicht. Aber wow. Mann, das Spiel ist buggy geworden. Ich hab das gesehen, wie es rauskam und dann nicht mehr. Ich krieg grad Traktat auch nicht ein. Ich kann meine Tasten nicht. Bitches. Oh, hast du das gesehen? Ja. Nein, ne? Ne, ne? Oh nein, wir haben das Spiel noch so drauf. Wow, da bist du grad runtergeklatscht, ne? Ich hab's gesehen. Alter. Wieso hab ich diesen fetten Bergtraut da nicht gesehen? Alter, wie viele Viecher regnen jetzt ja da rum? Ich hab keine Ahnung. Wieso kommen wir auf jeden Fall so gut zu? So viel davon. Okay, also, Leute. Wir haben's nicht drauf. Ihr seht's. Aber wir probier uns trotzdem krampfhaft. Warum habe ich jetzt diese Klaue? Kill mich mal bitte. Ich will meine Originalwaffe wieder haben. Lol. Lol. Okay, wiederbeleben? Ja, das finde ich aber eigentlich ein bisschen schade, dass sie ein Schild jetzt so unterpowert haben. So, und diesmal bugge ich mich nicht so fest, damit das Spiel nicht so richtig läuft. Sorry, ich mach die Links. Oh, jetzt wollte ich knapp machen. Was denn nun? Ja, ich mach die Links! So, ich bin das. Den Gesicht? Ah, okay. Man, ich hab sowas im Kommentieren nicht mehr drauf. Okay, ich hab's nicht drauf, aber ist egal, ne? Oh, ich werd gleich sterben. Oh, ich bin dort. Ja, Leute, also, während ich... Fuck, ich leb wieder. Ich bin ein bisschen lauer und dann wiederbelebst du mich. Und wer bist du? Also, ähm... Was ist da alles passiert? Ich hab keine Ahnung, ich hab dich wiederbelebt und ich bin von wesentlichem üblichen Damage-Craft gekommen. Was zur Hölle geht ihr ab? Wir wollen doch nur normal aufnehmen. Also... Ihr wollt ihr erzählen, wir haben das Spiel einfach immer drauf und ihr seht, wie wir failen. Ja, leider. Okay. Jetzt ernste Mine aufsetzen. Boom. Fuck. Ich geh die Typen, die hier rauskommen. Mit Wasser. Ja, ist klar. Hm. Bam. Stürf doch mal da. So geht's. Wiederbeleben, bitte. Warum bist du gestorben? Weil ich mich mit den Hochjagd hab. Kennst du das? Suizidkommando und so? Sehr effektiv. Ähm, ich kann nicht nicht wiederbeleben. Na klar, du hast einen Stein in der Hand, deswegen kannst du mich nicht wiederbeleben. Nein, ich hab gar keinen Stein in der Hand. Bei mir fliegt ein Stein um dich herum, sogar zwei. LOL. Machst du jetzt auch was? Mein Internet schmiert glaub ich grad ab. Nein. Ich weiß nicht, ich kann, ich zieh den Vogel nicht mal da hinten mal was ab. Der trifft dich auch gar nicht. Jetzt läufst du bei mir rum ein bisschen. What the fuck? Machst du überhaupt was? Ich kann. Ähm. Leute. Ich würde sagen, wir machen ja mal kurz einen Schnitt, wir gucken was mit dem Spiel los ist und wir sehen uns gleich wieder. Ja.